Running in the meadow Just you and me It's already passed This time Hallo zusammen zu TonyTV Ich rege hier wieder mal auf den Coaster A Fallout Story Und ja, wir bewerten wieder am Schluss von 0 bis 10 Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an Ich habe es gegeben auch mal verlaut, aber Nur das A ist das allererste A Fallout Story The Vault 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 Mal. Ich glaube bei Fallout 1 hat es noch so eine schöne Städte gehabt. Vielleicht kommt er ja auch noch. Schauen wir mal. Und doch haben wir mal eine Ouse. ja dann wär's da ja schon g'si, dann würd ich sagen, ich geb ihm den ganzen 8 von 10, weil es war irgendwie ein bisschen eintönig, ein bisschen zu wenig lang und so. Dann würd ich sagen, bis zum nächsten Coaster-Video.